yo leute was geht ab hier auf youtube ja ich habe mich eine weile hier nicht mehr geweldet es hat auch den grund weil ich nämlich die ganze zeit überlegt habe was ich machen jetzt machen soll und das alles und da habe ich mich entschieden mache ich doch let's plays nämlich auf der xbox 360 nämlich spiele wie man es ahnen konnte ich zog gerade need for speed run wenn ich es ausgezockt habe um jede mission also jede etappe bzw event auswendig weiß wird das das unter der woche am wochenende zocke ich GTA 5 wenn ich es ausgezockt habe und damit euch in dieser zeit nicht langweilig wird habe ich mich entschlossen ich zocke fifa 12 ebenfalls für xbox 360 damit euch nicht langweilig wird so als let's play dass ich als let's play das spiel spiele kann sein dass ich es mit jemanden anderen zocke es kann auch sein dass ich es alleine zocke je nachdem das ist jetzt nur eine ankündigungs video entweder diese woche noch oder nächste woche kommt noch ein video da erkläre ich euch ein wenig was über GTA 5 wenn ihr es noch nicht kennt und info speed run ja das war es eigentlich schon wieder ich hoffe ihr werdet einschalten ich werde bevor ich das mit dem video beginne werde ich ein tag vorher noch ein video machen damit ihr dann wisst ok jetzt geht es los morgen geht es los mit fifa 12 da werde ich ein eine neue karriere starten extra für euch mit borussia dortmund und ja wir sehen uns dann morgen dann geht es los morgen